Einen wunderschönen guten Mittag, Morgen oder auch Abend. Freut mich, dass ihr wie ihr da seid. Herzlich Willkommen zum nächsten Video. Freut mich, dass ihr wie ihr da seid. Die Slot dreht sich bereits. Ich war eben schon bei Legacy of Death drin und es kam mal wieder absoluter Magerquark. Davor Joker Slug war gut. Nervenkitzel pur. Legacy mal wieder absoluter Schmutz. Absoluter Schmutz. Ich hoffe, Goblin heißt, sagt jetzt mal, nochmal, gute Freispiele. Bei Legacy kamen sogar Freispiele. Und ach komm, scheiß drauf, rede ich nicht drüber, rede ich nicht drüber, reg mich wieder auf. Goblin heißt auch schon öfters. Im Livestream gespielt hat mir jedes Mal eigentlich gut gefallen. Oder was heißt, ja jedes Mal wäre jetzt übertrieben. Aber, Slot gefällt mir. Slot gefällt mir. Wir brauchen dreimal, äh Quatsch, sechsmal, was ist das goldene Schild? Hier das goldene Symbol, genau das. Brauchen wir sechsmal. Und dann sind wir drin. Dann sind wir drin. Ich finde, diesen Stot habe ich auch für mich entdeckt als Rager-Stot. Gefällt mir gut. Da kommen auch manchmal im Base-Game gute Hits. Also wenn ihr da draus noch mit Bono spielt. Ich sage es ja immer wieder, am besten spielt ihr gar nicht. Aber wenn ihr spielt und Rager, probiert mal hier den Stot aus. Oh, Mist, 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 Mist. Komm, kleiner Goblin. Hol jetzt die Freispiele rein. Ach, Müll. Oh Gott, es ist doch gelobt und jetzt kommt nichts mehr oder was? Komm. Das kann nicht sein, der erste Sweat. Der erste richtige Sweat. Hm. Ich sage euch ehrlich. Ich weiß nicht, bei mir kribbeln die Finger noch für den Joker-Stack nochmal reinzugehen. Wenn hier wieder genauso viel kommt wie bei Legacy, dann gehe ich nochmal in Joker. Den Joker-Stack ist mir egal. Dann gehe ich an die Spitze. Oh Mann, ey. Komm. Komm, Junge, gute Chance. An der Quatsch. Ja, drei sind noch übrig. Hier ist nur noch zwei. Das ist halt mies. Ja, kann nichts werden. Schmutz. Bis jetzt Schmutz. Ich werde ungeduldig. Bis 20... Nein. Bis 920. Nein. Bis 900 gebe ich Chance. Bis 900 gebe ich Chance, Mann. Bis... Ey, wir sind drin. Wir sind drin. Der geht jetzt nochmal eins runter. Nein. Nein. Habt ihr gesehen? Ich habe echt gedacht, wir sind drin. Eins fehlt. Ein... Das geht, da hat man wieder gefehlt. Schade. Ey, ich... Brech hier ab. Was ist das mal wieder für einen solchen Tag? Wieder, ey. Der zeigt aber oft fünf Stück. Der zeigt oft fünf, die Ratte. Toll. Ich habe jetzt einen Topf mit dem Spiel. Und jetzt bin ich mit der SZOT. Ich glaube, das ist auch nicht drin. Aber ich habe nicht mehr gefehlt. Ich habe nur noch jemanden geschlagen. Ich glaube, ich habe ein paar Sachen gemacht. Ich habe nicht mehr gefehlt, damit ich hier geht. Ich bin nur mit dem Spiel. Das ist so ein Müll, ey. Na ja. Passiert wieder richtig viel. Wägett nicht mal gut. Kommt gar kein... Kommt nicht wirklich was. Aber ich ist dort besser in der Erinnerung ehrlich gesagt. Na wie gesagt, bis 900 gebe ich Chance. Dann ist hier auch hier Feierabend. Ich kenne nicht viel. Ach, ich muss ja nem ich viel, ich muss ja nem ich viel. Wer will doch, ich merke es doch. Oh man, man, man. Es wird wieder kein guter Tag. Es wird wieder kein guter Tag, so dass du lauten, ich merke es. Legis-Team ist schon abgezogen, über 200 Euro. Eine kleine Goblin da lächelt so hässlich an der Seite, man. Das? Wie gesagt, wir sind drin. Wir sind drin. Wurde auch mal Zeit. Es wird auch Zeit. Gratulation. Jetzt muss aber auch was Gutes kommen. Wir wissen, den Multi jetzt hochbringen und dann ein guter Gewinn. Dann ein guter Gewinn. Wir wissen auf jeden Fall noch. Was ist das? Schild. Goldene Schild nenne ich es einfach. Ey, goldene Schild muss kommen, sonst war es das schon. Bitte. Hör auf. Boah, der macht es aber ganz spannend. Der macht es ganz spannend. Das ist jetzt absoluter mager Quark. Hör auf. Nochmal gerettet 32 Cent. Ey, bitte. Ja, weiter so, weiter so. Multi geht nochmal eins höher. Bis jetzt maximal kleine Gewinne. Ja, ein Multi bei Main 9. Aber, ja. Warum hat der jetzt? Hat der jetzt geklingelt? Ist das dein Ernst? Multi sind ganz vernünftig, aber die Gewinnerheit. Ja, auf 2 Euro, ich weiß nicht. Muss jetzt noch was passieren, damit ich zufrieden bin. Da kommt schon ein nice Amination. Ja, okay, wollen wir mit. Du schmutz, 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 schmutz. 88 Euro, komm, da muss noch was passieren. Komm. Nein. Ja, okay, wir sind nochmal da, wo wir, bei der es dort hier gestartet sind. Ja, wir haben, wir haben ein bisschen geweint. Ja, war okay. Mit zwei Augen zu war, sage ich, war okay für 2 Euro. Fast 50x, ja, das ist okay. Bisschen Chancen gebe ich noch. Vielleicht will der nochmal. Ich hab mich jetzt aber, ja. Bis 950, komm, bis 950. Ich war eh schon kurz davor, rauszugehen, dann kamen die nochmal. Von daher. Das sieht mehr aus, als es ist 4 Euro. Ja, moin. Ja, moin. Ey, der kam aber richtig unerwartet. Aber ganz, aber ganz unerwartet. Ich wollte gerade sagen, das kann nicht sein, nix mehr. Und jetzt sind wir wieder drin. Hä, warum ist jetzt alles bei, alles bei mal 4 direkt gestartet? Okay, keine Ahnung. Mach jetzt irgendwas. Mach irgendwas Gutes draus. Wurde die alle steigen jetzt. Der wird gut. Alle mal 7, sogar 1 auf mal 8. Jetzt kommt, da muss jetzt was passieren. Oder der macht jetzt, nein, er kann nicht direkt ab. Komm, jetzt einfach irgendwas schmackhaftes. Komm. Komm, Löwenherz. Die kleinen Gewinne. Ja, ja. Schon besser als eben, schon besser als eben. Mach jetzt nicht schlapp, mach jetzt nicht schlapp. Jawohl, geht weiter. Oh mein Gott. Ey, das hatte ich schon nie, dass der alles gleichzeitig hoch, die Multis hoch macht. Gut. Oh, aber so ganz kleine Gewinne nur, das kann nicht sein. Kann nicht sein, weiter. Ja, der ist gut, der ist vernünftig. So was will ich sehen. So was will ich sehen. Und das auf jeder Weiß. Boom. 100x haben wir auf jeden Fall schon. Boah, gut. Ja, gut. Nice, nice, nice. Komm, komm, Löwenherz. Noch nur Löwenherz. Ah, Müll. Mach nicht schlapp. Komm, wir sind so gut dabei. Die Multis sind top. Die Multis sind wirklich top. Aber jetzt kommt nichts mehr. Ja, klar. Jetzt macht er noch so auf Alibi-mäßig mal drei. Jetzt kommt nichts mehr. War klar, war klar. Aber trotzdem gut. Gut. Schmeckt. Wir sind wieder drin. Wir sind wieder drin. Ey, das... Ey, das hatte ich erst davor bei einer einzigen Slot. Und das war sogar im Livestream bei BigBest Bonanza. Freie Spiele gehabt. Rausgekommen. Einmal gedreht. Nochmal rein. Krass. Na, gerade... Wir hatten krass. Wir hatten gerade gute Freie Spiele und er macht das. Mal gucken, was jetzt passiert. Macht er da weiter, wo er aufgehört hat? Oder macht er jetzt so gar keinen Bock mehr? War eigentlich nicht geplant, die Freie Spiele dir zu geben. Und gehört mir einfach gar nichts. Na, das ist schon ein bisschen mehr als gar nichts. Nice. So schnell kann es sein, dass wir nochmal reinkehren. Aber wir hören nochmal, die Multis überall. Ja, das macht er sogar, aber leider nur... Ähm... Mal eins. Da, ist jetzt schon nochmal. Ja, bitte mach nicht. Ah, die Ratte kommt. Löwenherz, macht nur irgendwas. Ja, er macht sogar noch was. Ja, immerhin nochmal 32 Euro. Boom. 50x wieder. Boah, er macht immer noch nicht Schluss. Gut. Und weiter noch. Na, kleine Gewinne nehmen wir auch mit. Große würden besser schmecken, natürlich. Ah, okay, jetzt macht er nichts mehr. Man sieht es richtig. Man sieht richtig, wie er nichts mehr macht. Würde mich jetzt stark wundern, wenn jetzt noch irgendwas kommt. Na, okay, ne. Letzte Chance. Aber klar. Aber trotzdem. Direkt nach 260 Euro. Nochmal 120 Euro. Obendrauf. Dankeschön, Goblin. Dankeschön. Oh Gott, sagen jetzt aber nochmal. Aber dann wird irgendwas nicht stimmen. Ich glaube, dann wird irgendwas nicht stimmen. Ich glaube, der hat jetzt gar nichts mehr, oder? Oh, okay. Na gut, es darf ein bisschen mehr aus. Egal. 35 Euro holen wir nochmal mit. Ein bisschen auf 3 Euro. Aber nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Ich glaube, wenn wir heute irgendwo auf 3 Euro Freude spielen, dann hier. Ich glaube, ich glaube, es ist normal. Ich glaube, das ist normal. Ich glaube, es ist normal. also maximal bis 1300 300 Ihr könnt doch mal so die Goblins da connecten, oder mit dem Symbol. Jetzt hält der sich aber richtig gut, frisst nicht viel, gönnt manchmal paar kleine Gewinne. Machst du noch was oder soll ich rausgehen? Hm. Okay. Okay, das kann Bock mehr. Da ist glaube ich gar kein Bock mehr, wie gesagt maximal bis 1300, jetzt wird es langweilig, weil die meisten haben wir schon abgeschaltet, weil nichts mehr passiert, wirklich gar nichts mehr. Aber trotzdem gut, egal, auch wenn ihr jetzt möglichst nichts mehr zahlt, aber ich vermute, trotzdem gut, trotzdem top, tipp, top, top tipp. Ja, da sage ich auf jeden Fall schon mal Dankeschön fürs Zuschauen, bleib gesund, hinterlasse noch gerne einen Daumen nach oben, kostenlos das Abo, würde mich freuen. Und bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen, ciao, ciao, ciao.